Hi, ich bin Jan von Render That und wir visualisieren Produkte auf Grundlage Ihres digitalen Zwillings. Dabei bauen wir Ihr Produkt digital in Form, Farbe und Oberfläche nach und können diesen digitalen Zwilling im Anschluss vielfältig nutzen. Hierbei können wir zum Beispiel Produktvideos, einfache Produktbilder oder Augmented Reality-Anwendungen erstellen. Produktkonfiguratoren sind für viele unserer Kundinnen besonders interessant. Produktkonfiguratoren involvieren die Zielgruppe auf einzigartige Art und Weise und geben der Zielgruppe das Gefühl, das Produkt mitgestalten zu können und auf ihre Bedürfnisse anzupassen. Das steigert nachweislich Ihre Umsätze in Ihrem Onlineshop. Größere Portfolios lassen sich vor allem gut in Produktkonfigurator umsetzen und realisieren. Der Nutzer kann zum Beispiel verschiedene Farbvariationen eines Produktes auswählen oder kann ein Produkt direkt in seine reale Umgebung durch eine Augmented Reality-Anwendung projizieren. Und kann schauen, ob es auf seine Bedürfnisse passt. Um einen Produktkonfigurator gut funktionierend umzusetzen, braucht es einen Mix aus verschiedenen Kompetenzen. Man braucht unter anderem 3D-Designer, Entwickler und ein gut funktionierendes Projektmanagement, was wir gerne mitbringen. Besuchen Sie uns auf www.renderdat.com und erzählen Sie uns von Ihren Ideen. Wir freuen uns darauf.